Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Der Dokumentarfilm Iraki Odyssee wird am Freitag, dem 26. August um 18 Uhr im Schloss gezeigt. In dem 2014 gedrehten Streifen wird ein Jahrhundert irakischer Geschichte erzählt. Der Autor lässt die historische Mitschuld des Westens an der heutigen Situation ebenso deutlich werden, wie das andauernde Heimweh, das die im Asyl lebenden Iraker empfinden. Kurz vor dem Ende seiner Personalausstellung in der städtischen Galerie Wollhalle lädt Manfred Scheithauer am Sonnabend, dem 27. August um 15 Uhr zu einer Künstlerführung ein. Scheithauer wird dabei auf wesentliche Stationen seiner künstlerischen Entwicklung eingehen und die Geschichte zu einzelnen Werken erläutern. Zu sehen ist die aktuelle Ausstellung noch bis zum 11. September. Virtuose musikalische Sehnsüchte ist eine Veranstaltung im Dom überschrieben, zu der am Dienstag, dem 30. August um 19.30 Uhr eingeladen wird. Es erklingen Werke von Ludwig van Beethoven, Oskar Wehrmann, Anton Heberle und Ernst Krämer. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017